hallo guten morgen guten abend was auch immer wo ihr gerade seid in welcher zeitzone wir sind es ist mittag wir sind in san francisco gerade gelandet von las legas eine woche shot show ist hinter uns war richtig geil wir hoffen es hat euch gefallen was wir euch gezeigt haben es kommt noch ein bisschen content bis morgen also bis übermorgen quasi bis montag und dann machen wir wieder mit unserem regulären programm weiter wir haben noch ein kleines special für euch wer uns kennt weiß vielleicht was kommt ich verrate jetzt aber noch nicht was genau aber das kommt wahrscheinlich mitte der woche irgendwann und wir werden auch noch mal eine raffle machen wir haben unglaublich viel zeug für euch mitgenommen mützen patches was auch immer also richtig viel zeug da werden wir auch ein paar teaser bilder auf instagram schon mal posten aber die raffle werden wir erst übernächste woche machen weil wir am wochenend schon wieder auf der jagd im hund sind und daher wer dort ist kann uns sehen in diesem sinne wir sind erst mal raus bis dann macht's gut bye bye